Wir haben die Entwicklung eines aufgeheizten Klimas seit 2014, seit dem Auftreten der rassistischen Pegida unter dem Rassisten Bachmann, der sich menschenfeindlich in den letzten Tagen erneut geäußert hat, und den Hogezer, den Huligens gegen Salafisten. Und dann hatten wir das ungeheure Datum des 1. September letzten Jahres, als Björn Höcke, der Spitzenkandidat in Thüringen, Kalbitz aus Brandenburg mit Huligens, also Gewalttätigen, der ganzen Nation demonstriert haben. Das war ein Fanal, ich kann jetzt zuschlagen. Und man hat zugeschlagen. Man hat nicht nur in Chemnitz zugeschlagen, sondern auch danach. Es gibt einen ganz frischen Artikel von Ihnen, weil Sie gerade Björn Höcke im Munde geführt haben, der ist überschrieben, in der Zeit online erschienen gestern, überschrieben mit Höcke will den Bürgerkrieg und verweist auf Höckes Äußerungen, die zuletzt ja auch sozusagen jetzt nachlesbar in seinem Buch, niemals in den zweiten Fluss, schwarz auf weiß, eine Militanz auch nachweisen, die er durchaus schürt. In Ihrer Analyse gehen Sie ein Stück weiter und sagen, er will den Bürgerkrieg. Wie kommen Sie darauf? Weil er selbst eine Politik der wohltemperierten Grausamkeit will, und zwar nicht nur, um gegen alle größeren ethnischen und religiösen Minderheiten vorzugehen, also ein riesiges Remigrationsprojekt aufzustellen, das der NPD alle Ehre gemacht hätte, sondern auch, und das ist entscheidend, gegen Volksteile vorgehen will, die zu schwach oder nicht willens sind. Und das ist wörtlich. Wir werden ein paar Volksteile verlieren, die zu schwach oder nicht willens sind und die er ausschließen will, für die er einen Adalas vorsieht. Das ist eine Perspektive des Bürgerkriegs. Und zu diesem Bürgerkriegsszenario brauchen Sie die Eskalation der Ressentiments und der Aufschaukelung von Gewalt. Und die ersten Ansätze sehen wir in diesen letzten Tagen des Thüringen-Wahlkampfs mit der irrsinnigen Anzahl von Morddrohungen, insbesondere von ganz weit rechts. Die sich auch sozusagen auf den CDU-Kandidaten beziehen, also sozusagen auch das konservative politische Milieu berühren, was ja auch schon mit dem Mord an dem Herrn Lübcke deutlich gewesen ist, dass die Feinde sozusagen immer mehr, immer breiter werden. Die Feinde einer Rechten, die radikalisiert ist durch die Atmosphäre, die durch die AfD angeheizt worden ist oder befördert worden ist. In den Tagen nach dem Attentat in Halle wurden der AfD sozusagen auch von höherer politischer Ebene, CDU, SPD, sozusagen durch die Bank, quasi eine Mittäterschaft unterstellt. Und das hat dazu geführt, dass auch Björn Höcke mit Betroffenheitsmeldungen sozusagen zitiert, wieder etwas eingetreten ist, wo so eine Opferposition eingenommen wurde durch die AfD. Das heißt, das Ganze umgedreht worden ist. Was ist denn dran an diesem Vorwurf, der verlängerte Arm des Rechtsterrorismus ist die AfD? War eine weitgehende Bemerkung von der SPD, wenn ich mich richtig erinnere. Also ich spreche von der indirekten politischen Mitverantwortung einer Partei, die hetzt. Und die den Bürgerkrieg will, wenn man Björn Höcke ernst nimmt. Und er nimmt sich selbst sehr ernst. Und es ist klar, dass jede rechte Formation sich als Opfer beschreibt. Ich werde angegriffen. Wir werden angegriffen. Das Volk geht unter. Der Volkstod passiert durch Bevölkerungsaustausch. Das sind Parolen, wo man sich selbst und das ganze Volk als Opfer sieht. Das beste Beispiel ist die Innovationsrede von Donald Trump. Der sagt, die ganze Welt ist verantwortlich dafür, dass es uns schlecht geht. Ich und Amerika gleichzeitig sind das Opfer der ganzen Welt. Und sie sehen also, um diesen Versuch, das umzudrehen, das haben sie immer. Die Frage ist, ob sie das ernst nehmen. Das ist Propaganda für die eigene Glaubensgemeinschaft. Und das ist ein ganz wesentlicher Aspekt. Denn es gibt ja bei den Tätern, also wenn wir zum Beispiel an die Flut von rassistischen Verbrechen eigentlich oder Straftaten denken, die nach 2015 deutschlandweit Alltag gewesen ist. Angezündete Häuser, bedrohte Menschen, geschlagene, bespuckte Menschen. Das war ja so, man konnte sie ja gar nicht mehr zählen. Und über all dem dreute so eine, ich setze jetzt um, was das Volk ja eigentlich nur will. Denn gegen unsere, gegen das Volk wurde entschieden, dass die Grenzen geöffnet sind und Leute hierher können können. Und das Volk möchte das eigentlich nicht. Die AfD ist jetzt gewählt mit zum Teil bis zu 29 Prozent der Stimmen in Landtagswahlen. Auch bei der anstehenden Wahl in Thüringen geht man von ungefähr 25 Prozent Potenzial für die AfD aus. Ein Viertel derjenigen, die also wählen gehen, zumindest in den ostdeutschen Bundesländern, wählt die AfD. Ist das sozusagen die Legitimität, die sie aus die Rechte für ihre Handlungen ziehen? Scheint ja untermauert mit durch einen sehr großen Prozentsatz der Bevölkerung, die das vertreten. Das ist doch keine Legitimität. Wenn ein Teil eine rechtsextreme Partei wählt, es war auch nicht legitim, dass die Nationalsozialisten radikal antisemitisch agiert haben. Und den Holocaust verbrochen haben, nur weil sie mal 30 Prozent und 34 Prozent der Stimmen Ende der Weimarer Republik bekommen haben. Nein, mein Begriff der Legitimität schließt, bezieht sich auf Bürger- und Menschenrechte. Jetzt ist ziemlich die ganz große Frage. Wie schafft man eine Lücke zu schließen, die, und wenn man diese 25 Prozent nimmt, in Bezug auf Legitimität, also Stimmenanteil, kann man das ja runterrechnen, sind die Prozentsätze der Bevölkerung, die die AfD zu wählen bereit sind, ja kleiner, aber immer noch enorm groß eigentlich dafür, dass es, wir haben es gerade gehabt, was Björn Höcke von sich gibt, scheint ja für Leute kein Grund zu sein, dieser Person nicht trotzdem eine Stimme zu geben. Und wenn es nur aus, in Anführungsstrichen, Protest ist, wie schafft man denn klarzumachen, dass wir genau darüber reden? Nämlich sozusagen absehbar Menschen in Positionen bringen, die auf die Menschenrechte pfeifen und diese sozusagen sogar eher abschaffen wollen? Ja, warten Sie ab. Ich bin noch nicht ganz sicher, was am Sonntag passiert. Ich nehme den Wähler ganz ernst. Deswegen sage ich selbst potenziellen Anhängern der AfD, diese Partei, die Höcke jetzt repräsentiert, ist längst keine Protest- oder Wutpartei mehr, sondern eine rechtsextreme Partei, die den Bürgerkrieg in die Dörfer und Städte bringen will, wenn sie diese Politik der sadistischen Grausamkeit will, wie Höcke das ausweichlich seines Buches und seiner Äußerung und seinem Verhalten klar macht. Und dann vielleicht eine Ergänzung. Wir haben ja die Chance, dass der Weg Thüringens in den letzten fünf Jahren fortgesetzt wird. Und das bedeutet, dass man so wie ich in Sachsen für Kretschmer empfohlen habe, so sage ich für Thüringen, und ich kenne zig Städte und habe hunderte von Gesprächen geführt in meinen Studien, wählen Sie diesmal Ramelow. Das ist der anerkannte Landesvater, das ist derjenige, der weit über 50 Prozent Zustimmung bekommt und der einen freiheitlich pragmatischen und überhaupt nicht, wie manche meinen, kommunistischen Kurs fährt, aber einen sozialen, der also das an Protest, was man zu Recht auch hat, dass man abgelöst wird und abgeschnitten ist und abgehängt ist in den Dörfern, dass er das aufgreift und sagt, ich will die Verbindung von Stadt und Land. Ein bisschen so wie Mike Mohring auch von der CDU. Ich will zugleich die Ausdehnung des qualifizierten Lehrpersonals, bessere Bildung, mehr Sozialpädagogen. Das sind doch entscheidend richtige Schritte. Und den Thüringer Wald wollen Sie auch retten. Also, wenn es ein PAD gibt, dann ist die Gefahr des Chaos groß. Und da kann dann Höckereien grätschen und wir haben eine unregierbare Situation in Thüringen. Niemand kann das wollen. Das erinnert mich ein bisschen an die Situation 1930 in Weimar, als die letzte sozialdemokratische Regierung wegen eines kleinen Dissenses abgelöst wurde vom damaligen Reichsbritag. Eine ähnliche Situation, was das PAD anlangt, haben wir auch. Also, in dieser Ausnahmesituation tun Sie als Wählerinnen und Wähler, wenn ich das so sagen darf, alles, um die gegenwärtige Regierung weiter regieren zu lassen. Geben Sie hier ein legitimes Mandat von eben der Mehrheit der Sitze im Parlament. Und die kleinen Parteien, die sowieso nicht über die 5-Prozent-Klausel kommen, die sollen diesmal, die Wählerinnen und Wähler sagen, diesmal wähle ich nicht die Piraten, wähle ich nicht X, sondern wähle ich nicht die an der 5-Prozent-Prozent-Hürde gefährdete FDP, sondern ich wähle Rot, SPD oder Grün. Bleiben wir in Thüringen, weil das ist ja ein ganz interessanter Fall für sozusagen den Ort, an dem die AfD sehr radikal rechts ist, innerhalb des AfD-Spektrums sogar, mit Höcke als der Person Nummer 1, die sie ja inzwischen tatsächlich auch Anwandlung hat, die einen sozusagen denken lassen, dass er über Führerfiguren und sich selbst tatsächlich im Ernst nachdenkt, der sich ja irgendwie geschickt fühlt, also von jemandem gesendet fühlt, was ja jetzt erstmal pathologisch vielleicht noch ganz anders erklärbar ist, aber worauf ich hinaus will, ist, dass Thüringen gleichermaßen auch der Ort des NSU ist, also aus Jena und anderen Orten Thürings ist eine rechte Terrorzelle entstanden, und zwar auf einem Nährboden, der sehr viel breiter ist, wie wir wissen, durch Untersuchungsausschüsse und auch Verfahren. Das heißt also, es gibt einen Background, der ganz klar macht, auch Thüringen hat ein Problem mit Rechtsextremismus und repräsentiert wird eine rechte Politik durch die AfD und wir reden trotzdem darüber, dass es viele Wähler geben kann, die kein Problem damit haben, das zu tun. Mir ist immer noch nicht klar und vielleicht haben Sie ja sozusagen aus Ihrer soziologischen Sicht auf die Sache eine Erklärung, warum Leute das überhaupt nicht beeindruckt, die sichtbare Realität der Menschenfeindlichkeit, und die im Zweifel akzeptieren würden, von jemandem wie Björn Höcke in Anführungsstrichen geführt zu werden. Ja, das ist ein Problem. Also ich würde nicht sagen pathologisch, das ist eher eine faschistische Strategie. Wir sagen, wie wir die Nationen müthisch uns vorstellen, als große Veranstaltung für die eigene Ethnie. Wir brauchen eine Massenbewegung, auch mit Gewalt, um gegen den gegebenen demokratischen Rechtsstaat vorzugehen und dazu dann auch auf ein autoritäres Führerprinzip zurückzugreifen. Das finden Sie alles in dem Buch niemals zweimal in denselben Fluss. Richtig. Warum aber gibt es einen Nervo? Den gibt es, ja. Den konnte man in den 90er Jahren beobachten. Der hat sich radikalisieren können und in Ressentiments und auch Gewalt im Thüringer Heimatschutz verwandeln können unter dem V-Mann Tino Brandt. Eine furchtbare Entwicklung. Der Rechtsstaat hat nicht angemessen reagiert. Die Öffentlichkeit auch nicht. Die war eher verängstigt zum großen Teil. Da, wo der Thüringer Heimatschutz ihr Gewaltunwesen trieb. Und aus diesem Vakuum Rechtsstaat hat nicht genügend reagiert. Gesellschaft nicht. Politik nicht. Es ist dann die Chance entstanden, sich weiter zu radikalisieren mit der Gruppe Zschäpe und andere im sogenannten nationalsozialistischen Untergrund. Jetzt Ihre Frage, was den Nährboden anlangt. Ja, Sie haben einen Nährboden, übrigens auch im Westen. Aber die Differenz ums Ganze ist, ob aus diesem Nährboden etwas anderes wird. Ob er sich verwandeln lässt in eine Bewegungspartei. Also ob der Resonanzraum so ins Schwingen gebracht wird, dass der ganze Raum erschüttert. Und das versucht die AfD in Thüringen. Und deswegen ist sie eine Gefahr für jedes Dorf in Thüringen, für jede Stadt, wenn sie noch mehr Einfluss bekommt. Sie kann dann nämlich stärker in Verbindung treten oder deren Gefühle, deren entfesselte Ressentiments mit denen, die zuschlagen. Es gibt etablierte rechtsextreme Gewaltstrukturen in Thüringen in Thüringen, auch schon zum Teil seit den 90er Jahren. Und es gibt auch rechtsterroristische Gruppen und die, die sie unterstützen. Und die sagen, jetzt ist die Stunde gekommen, deswegen machen wir jetzt im Wahlkampf Morddrohungen oder mehr. Und das ist die Gefahr. Wir wollen ja nicht unbedingt, dass Thüringen zerstört wird und im Chaos endet. Und deswegen mein Appell, entsprechend zu wählen und die, die sicher nicht mit der AfD gehen, zu wählen. Das sind eben mal die Linke und die SPD und die Grünen. Bei Moring bin ich mir nicht so ganz sicher. Er schließt es aus, aber definitiv eben nicht und auch Teile der Partei nicht. Und wenn er das täte, dann würde er genauso Unterstützung gewährt bekommen. Und Kretschmer hat sich im Laufe des Wahlkampfs dazu entschieden durchgerungen. Bei Moring sehe ich das noch nicht. Ich habe mit David Begerich vor anderthalb Wochen darüber gesprochen, der als Rechtsextremismus, Experte, komischer Begriff, aber jemand, der sich damit auseinandersetzt, gesagt hat, dass sozusagen das eine ist dieses Parlamentarische, was wir jetzt sozusagen vor Augen haben mit der Landtagswahl. Das andere ist das Zivilgesellschaftliche beziehungsweise das Bett, dass es, oder sagen wir mal, das Kampffeld, um das es eigentlich geht. Denn seit Jahren sehen wir einen Rechtsruck in der Debatte. Also es sind Dinge sagbar, die vor 15 Jahren in der Öffentlichkeit so nicht hätten als quasi standardisiert zugelassen gelten können. Leute äußern sich zu Wort auf verschiedenen Ebenen, ob das Social Web ist oder in der privaten Öffentlichkeit, wie man das auch nicht erlebt hat vor Jahren noch. Und er sagte, eigentlich muss es darum gehen, zivilgesellschaftlich muss es darum gehen, diese quasi rechte Hegemonie in der Debatte zu brechen und dem was entgegenzusetzen. Ich sage jetzt mal von links, aber wir können auch einfach Menschenrechte nehmen, um das sozusagen nicht in dieser politischen Sphäre zu lassen. Und er hat da aber keine Strategie. Was sagen Sie zu diesem Feld der Auseinandersetzung und wie würden Sie sagen, wie muss man das angehen eigentlich? Ich schätze David Begrich als wirklich einen der ganz wenigen besten Kenner dieser Szene aus jetzt in diesem Fall insbesondere aus Sachsen-Anhalt. Und das ist eine Herausforderung. Aber dann sage ich auch, und das tut ja auch David Begrich in Magdeburg und anderswo, dass die Zivilgesellschaft Chancen hat. Ich war in Meiningen, in Altenburg in den letzten Wochen und habe mit verschiedenen Leuten und auch Akteuren, aktiven Menschen geredet. In Schmölln, in Meuselwitz, mit CDU-Lern, und sie, diese große Gruppe, diese große Minderheit, will ein vernünftiges Miteinander, ist kritisch gegenüber den Entwicklungen nach 1990, der Treuhand, da wo es schiefgegangen ist, ist kritisch gegenüber den Unrechtselementen des autoritären DDR-Regimes, die niemand bestreitet, die auch Ramelow nicht bestreitet und die zugleich ein ungeheuer sympathisches Miteinander pflegen und sagen, wir tun was in Sachen Kindererziehung, wir verbessern das. Wir wollen Herzensbildung und nicht nur Wissenstransfer an die jungen Menschen. Wir wollen, dass sie mit Zuwendung aufwachsen und in den Institutionen lernen können. Und das ist die beste demokratische Gewähr dafür, dass man nicht herunterschaut und Mobbing macht und abwertet und dann sich von denen, Ressentiments schüren, sozusagen einkaufen lässt. Das ist die Alternative. Ich sehe sie in Meiningen, ich sehe sie in Altenburg, ich sehe sie natürlich in Jena, Weimar und Erfurt. Nein, ich sehe sie im Parlament, ich sehe sie in Untersuchungsausschüssen etwa geführt von Dorothea Marx, der SPD-Politiker, großartig. Nein, diese Chance für ein großartiges Thüringen hat Thüringen. Aber die Wählerinnen und Wähler entscheiden darüber in seltener Dramatik an diesem Sonntag.